Warum hat er denn jetzt alles angetankt? Das fand ich jetzt weniger schön. Ich kann euch nicht alle heilen, ne? Bedarf. Hau noch mal einer drauf! Ah Leute! Ach Mann! Ich heile die ganze Zeit die Leute und was ist... Mann, 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 Mann. Das war doch mit voller Absicht. Ah, ich hätte vielleicht noch einen Heildrang eben nehmen können. Mh... Hat er wenigstens die Hose gekriegt? Ja, Gott sei Dank. Los! Ja! Wir haben alles gezogen, ey. Achso, ich kann nichts anziehen, weil ich ja tot bin. Da zieht der Tank alles, ey, und hau die Hände weg. Und ich bin die ganze Zeit am Healen, am Healen, am Healen und was ist? Der Letzte tötet mich. Ah, das gibt's nicht. Mann, 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 Mann. Ist das ärgerlich dann, weißt du? Ich bin eine Geister-Erscheinung. Ich weiß gar nicht mehr, konnte man das dann sehen? So, Leute, mal ein bisschen vorsichtiger jetzt. Bitte, danke. So, dafür ziehe ich jetzt aber auch die Hosen an. So. Yep. Hier fehlen da noch mehr. Leider. Leider. Weil ihr mich ja töten gelassen habt hier. Ja, komm ruhig her. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Jetzt jetzt! Das ist auch Level 10 jetzt, ne? Waaah! Hinter uns! Hau drauf, Mann! Moin! Unser Tank ist gestorben. Sorry! Ich muss mal eben Mana auftanken hier. Wo ist denn der Wutfried? Wutfried kommt. Wutfried ist gut für mich. Oh ja! Wutfried? Was ist der Wutfried? Ja, ja, der Wutfried. Oh, das wird gleich ein schönes Höhlensystem. Wutfried, den heilen wir gleich mal hoch. Warten. Wutfried? Wutfried? Macht das doch nicht! Warum macht ihr das? Wutfried! Oh! 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 Oh, oh! 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 Ah ok, der ist hochgehalten. Alles klar. Ah, du ziehst so viel. Zieht immer direkt alles. Das ist nicht so schön. Gut, das ist weg. Gut. 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 Das geht in die Hose, wenn er das so weitermacht. Das Info. Ich habe nicht mehr so viel Mana, Freunde. Ich wollte es nämlich nur mal gesagt haben. Wir werden ein Leidenstoffmarkt. Echte. Ich habe den Wutfried im Blick. Gleichhaltig. Alle Sorge. So, wir werden den Wutfried nochmal hochheilen hier lieber. Vor der uns hier gleich... Wir haben das Hemd. Also, ich... Äh, Klemmbrett. Brett habe ich. Äh, Leute? Äh, Kineck? Kineck? Kennst du auch? Hast du nicht? Oh, nee, fertig. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Gott sei Dank. Top! Supi! Wenn wir jetzt auch mal so gut rauskommen hier, äh... Jetzt wissen wir nur, weil er, äh... Oh, den Wutfried mein Heil. Äh, ich habe dir mal ein Totem. Totem? Äh, ihr solltet in, 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 in dem Totem bleiben. Vielleicht besser. Und? Wollte ich noch mal eben. Mit looten. Lola, la, 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 la... Wutfried ist Wut für mich. Oh, yeah. Äh, ja. Irgendwie sowas in der Art. Läuft! Ich würde hier runter. Nicht. Vielleicht unbedingt. Oh, no. Zieh sie bitte in die alle! Oh, nein. Zuspielt. Ich halber. Uuuuuh. Und stellen du dir mal auf. Ui, das war aber jetzt knapp, ey. Ich habe ja echt jetzt gerade gedacht, jetzt ist es um uns gleich passiert. Jetzt habe ich echt gedacht, es wäre gleich um uns passiert. Zon. 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 die Ork Schurken Schurken fand ich als Untot immer ganz ganz klasse irgendwie Ihr lauft ihn falsch riechen Wo läuft er denn? Das Brachland In Brachland werden wir auch noch irgendwann aufsteigen oder hin müssen Müsste nicht hier irgendwo sein Der Weg des Jägers Ritus der Weisheit Achso, da haben wir den Thunderblast Was führt euch hierher? Ich glaube nicht, dass man dieses Signal Fehldeuten oder ignorieren kann, oder? Die Ventura Company wird die Taure nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen Oder so arrogant sein Zu glauben, dass wir ihren Diebstahl Der Natürlichen Rohstoff um uns herum So widerstandslos hinnehmen Rest beenden Ich könnte vor Wut Wenn ihr Ventura Company Achso Diese Bringt mir gar nichts Können wir aber alles verkaufen Oder? Ja Ja So, haben wir noch was zum Abgeben? Wir haben bestimmt noch was zum Abgeben Ja Natürlich Säuberung der Totems Und wie sehen wir unsere Taschen? Ja 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 Wer juckt das Ohr? Einen Moment Ohr jucken extrem Ohr jucken extrem Und hat die Fähne mit meinen Kopfhörern gemacht Und packten Passen die nicht mehr Die mit ihrer Bumsbirne bestimmt ausgeleiert Ausgeleiert mit der Bumsbirne Was führt euch hierher? Oh ja Westbend Nein, es gibt noch mal Es gibt noch einen Wasserbrunnen, der gesaubert werden muss Er trägt den Namen Windmannsklar Damit dieser Boden wieder ein Rhein Rhein wird Das Land die Zehne so will Der Haupttieres Opfer Nieren Prämerie Wolfs-Alpha-Tiere Die tritt der Erdenmutter Alphawölfe Bei mir jetzt Die haben echt einen ganz hässlichen Brunnen hier Passt Mauer Also Stallmeister Stelle Stallmeister Hallo Aua 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 Es ist Wutfried Oh je Ich habe das Richtige für euch Was habe ich noch auf dem Rücken Auf dem Rücken könnten wir entzücken Ne, die ist besser Zack Oder? Ja Auf alle Fälle Die Hose Da habe ich auch schöne Beine für Ich habe schöne Beine Äh Kupfererzt Das würde ich gerne eigentlich dann auch mehr verkaufen Mögen die Vorfahren euch Alphawölfe und Flach Flachlandstreuner Von mir aus auch Flachmannstreuner So breit Jo Ajo 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 Ihr habt alle gar nicht so'n schön Bart wie ich Ach Moment, hier noch eine Bö 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 Wie kann ich euch helfen? Auf bald Bö 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 Ajo 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 Für die Jäger Für den Jäger ist es Für den Jäger Für den Jäger So, jetzt brauchen wir Alphas Wir brauchen Was waren das noch? Perizähne Der Weg des Jägers Und die Pumas Flachlandstreuner-Clown Und er braucht noch Eberschreiter Was ist denn das hier? Was ist denn los hier? Haben wir einen Disconnect oder was? Achso Da ist der falsche Wolf Also, da dürfen wir glaube ich nicht draufhauen Sag mal der falsche Wolf Dein Freund Wo waren denn die Alpha-Wölfe? Die waren hinten weiter durch glaube ich Anders sind die Flachland-Plum Oder man braucht noch Flachlandstreuner-Clown Ich habe euch im Auge Und drudern Und drudern Wir brauchen die Alphas Die Alphas Das ist kein Alpha Den machen wir Der kann ihm widerstehen Okay 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 No, I'm wiping it off. Das war's für heute. Einen kleinen Zahn habe ich bis jetzt, äh, das gibt's nicht. Aua! Wir sind die drei von der Tankstelle. Oh. Ähm.